Hey Day 2 kaufen... ...was teurer ist! Ja, das wäre günstiger gewesen, wie das Ding ist. Ja scheisse, aktuell stimmt. Oh, da ist ein Feind drin! Hey, warte, ich nehme einen, warte mich! Bist du... Ah, das bist du! Nein, Quatsch! Ich bin extrem hungrig! Also komm! Ich habe eine Stirbjollz-Infoods essen! Ich bin extrem hungrig! Also komm! Komm Huy. Wann schnell bitte. Komm dich füttern. Du hast gegessen Huy. Du hast gegessen Huy. Nimm einen Hund. Nimm dich. Aber ich habe dir jetzt gerade eine Orange geben. Uh, ruhige Pants gefunden. Besser. Ja, warum kann ich die Jacke nicht anlegen? Michi, wie hast du die Jacke angelegt? Ja, du musst sie einfach anlegen. Ja, sie ist grün. Ich komme nicht zu essen, Michi. Ich habe den Jacke. Ja, sie war grün. Ja, aber sie muss nicht grün sein. Oh. Schau. Schau. Wo bist du Huy? Im Haus noch. Immer noch? Ja. Ja, ich brauche wirklich meine Hilfe. Ja, komm mal. Wasi, wieso, was ist? Ja, hast du das Essen am Boden geleitet? Nein, ich habe es dir gegeben. Nein, ich habe es dir gegeben. Beide, komm doch mal wieder zu füttern. Ich habe gerade diese verdammte Büchse nicht mehr aufgemacht. Jetzt ist aber geil. Wann jetzt fangen wir an? Yay, wir haben jetzt 47% Verlust. Jetzt ist es gegangen alle. Hast du gemeint, jetzt steht Feed? Ja, jetzt hast du mich Feiden. Ich musste mein T-Shirt wegnehmen. Bist du gut, Huwi? Ja, ist gut, danke. Hey scheisse, meine Jacke hat jetzt auch noch 2 Slots. Insgesamt 10, 35 Slots. Ja, ich habe schon einen kleinen Hunger. Hier links habe ich schon geschaut, hier rechts auch. White Boys. Da ist ein normaler Laden, schau. Nein, da ist nichts drin, bin ich schon gesehen, Huwi. Was da drin bist du? Ja. Ich gehe hier links in das Rollstuhl, mit dem Ziegelhaus da. Da ist alles schon offen. Wo bist du, Huwi? Im Haus in einem grünen Klebs. Ich bin gerade neben dran, im Roten. Ist gut. Ja. Du hast orange Jacke, oder? Ja, ich bin orange, ich meine. Du hast es im Rucksack? Aber nur ein kleines, oder? Ja. 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 So. Ich habe das Gefühl, hier finden wir nicht so viel. Dann kommen wir in die Stadt hinein, dann schauen wir uns krank aus, ob es Medikit hat. Oh, Holz! Wo bist du? Uvi? Hier. Nein, rechts rum musst du. Rechts rum? Ja. Uvo, auch da. Ich bin drin wirklich gestern. Ich brauche doch nur noch Waffen. Ich habe schon wieder Hunger, es ist schon wieder Rot. Ja, ich auch. Ich habe fast nichts mehr, Uvi. 3%. Ja, es nützt nichts, wenn wir keine Büchse haben. Wo bist du? Was? Ja. Meinst du noch? Von dem Westen habe ich jetzt den. Ah, dort? Hast du auch ein bisschen Milchbauder, Yasumi? Was ist denn? Wie? Wie? Wie ist denn eine Dingweste, oder? Wie? Oh, ich bin voll der Aventeuer. Ich habe ein riesen Inventar. Das ist der Ding für Schüsse. Was, muss ich Westen? Ja, ne Ding, weißt du, ich rede Westen da. Komm, Mama. Ja, Schuss Westen. Oh, Schuss, sicher Westen. Messe nur, sag. Ich muss mal schauen. Ich muss BF zocken. Im Moment geht weniger. Okay. Was meinst du wollen? Loll, das ist verdammt. Michi, du bist verdammt. Da vorne. Ich habe gesagt, ich komme zurück. Du musst nur mich anschauen. Du musst jetzt gehen sammeln, MV. Ich habe 41 Plätze, schau mich mal an. Hinter dir. Oh, Michi, ich brauche Essen. Ja, gehen wir hier in die Stadt fahren, komm. Dann gehen wir hier rein. Du, ich stirbt. Ja. Das ist schon meistens, wenn man so gut dran ist. Da oben hat es im Ding schon eine Hose. Jägerhose. Was für Hose? Jagdhose. Du brauchst doch keine Jagdhose. Ja, dann gäbe es noch mehr Dings. Nein, es gibt nur 6, das ist die höchste. Ja, rote Bohnen. Nein, ich erzähle mit dem Messer auf. Wo habe ich mit dem Messer? Jetzt noch einen braunen Hoodie mit 4 Plätzen. Äh, 6. Ich habe genug Plätze, ich tue nichts mehr, sorry. Ich bin hier 2 im Messer, oder... ...und... Schau. Ja. Ich hatte es auf dem 2. Oh ja, ist toll. Ich bin gleich gönörber im Ratshaus, oder was das ist. Ich kann nicht rein. Das ist ein Medikit, Huwi. Ja mach es auf. Du musst es mit der Hand nehmen und dann aufmachen. Es hat mega viele Sachen drin. Wie aufmachen? Ja, ich kann es nicht in die Hand nehmen oder so. Jetzt kann ich es einfach ins Invertar verteilen. Ja genau. Was ist das? Ist das Spritzen, um lebendig zu machen? Nein, das heisst aber nicht. Bloodbag Pit. Das Ding brauche ich jetzt nicht mehr, das Medikit, oder? Das leeren. Das leeren eigentlich nicht, nein. Vielleicht einfach Sachen wieder rein tun, oder? Und darum zupfen sie wieder. Ich kann jetzt auch noch mal so ein Laden. Ich mache es dann links, oder? Ja. Also das braucht es für Bluttransfusion, Huwi. Ja. Das habe ich dann einfach mal eingepackt, das habe ich vorher schon gehabt. Ja. 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 Ich habe nur ein Feuerlöscher gefunden und habe mitgenommen. Warte, kann man aufmachen, Michi? Okay, schiesst auf den Feuerlöscher. Ich nehme lieber ein Seil mit. Siehst du, was ich esse? Michi. Ich habe einen Seil mit dem Feuerlöscher. Ich habe den 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 Feuerlöscher gestorben. Du hörst mich nicht mehr, Huwi? Jetzt hört sie wieder. Ich blüte. Hey Huwi, gib mir mal ein Messer. Wo willst du es im Rücken oder im Kopf? In meinen Händen. Ich muss die Dosen aufmachen. Aber nachher ist das Messer kaputt. Noch nicht. Vielen Dank.